Moin Leute, warst du da? Willkommen zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin Sierdardani, ich bin gerade zu frisch, vor 24 Stunden aufgewacht, äh, es sind 6 Uhr morgens, ja. Nice, äh, ich hab euch gebeten, dass ihr mir eure Geschenke, die ihr dieses Jahr zu Weihnachten bekommen habt, mir per Inserz zu schicken und es kamen zahlreiche Bilder rein, um zu sagen, um zu Hause, was wir eure Geschenke hatten. Let's go! Das erste Geschenk, äh, ich hab hier keinen Namen, weil ich hab hier einfach alle irgendwie reingespeichert. Irgendwann, mein Schirm ist echt noch einmal, what the fuck, mein Schirm ist ja komplett kaputt, yo. Okay, der Kollege hat Spider-Man Miles Morals, kann man so aufbricht, äh, oh, und 110 Euro, ja, so sagen, der hat sich gegönnt. Oh, ähm, die DT77 Pro, 88 rum, boah, okay, die sind echt nice, ich hab mal egal, so viele YouTuber haben die, ich hab jetzt keine Ahnung, die oder waren sie 990 Pro, ich hab mir überlegt, die auch mal zu kaufen eventuell. Ähm, das ist ein richtig, 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 richtig gut Studio Kopfhörer, so, passt, die da, gegönnt. Der nächste, ähm, ja, also, sei dir gegönnt, tolles Weihnachtsgeschenk. Geil, der nächste ist, äh, oh, äh, hat mir ein Setup geschickt, oh, Leute, schau mal, der schaut bei den 24-Jahrens-Filmen gerade an, Ehrenmann. Äh, ich glaub, ein zweiter PC, den du mir, äh, geschickt hast. Äh, ja, ich muss sagen, ein nicer PC. Das ist, ah, das ist ein Fernseher, nicht ausgepackt. Ja, ich war mir teilweise wohl zu faul. Boah, ich glaub, ich hab sogar den selber, sind Fernbedingungen haben wir auch. Geil, okay, seid ihr gegönnt. Ähm, eine Handyhülle für ein Samsung. Was zum Knabbern und Candy Canes. Ja, ist angenehm. Was ist das da noch? Was ist das? Was ist das? Okay, nächster. Oh, boah, okay. Da müssen wir ein bisschen mal gescheiter reinschauen. Wir haben hier, okay, seid ihr, äh, Toffefe, kann man was machen zu, oder so. Nikolaus, richtig viel Müll drin. Ist das Bettwäsche? Keine Ahnung. R-Up, wahrscheinlich Kopfhörer oder so. Immer so eine Handtasche. Immer so eine Handtasche. Alter, ey, ist extrem nice, also. Der nächste hat, äh, Capital Bra Pizza bekommen. Mit Rindersalami. Geil. Äh, ist nur ein geiles Wörtersgeschenk. Ist nur ein geiles Wörtersgeschenk. Pringles Socken. Nein. Hier noch was, Pringles Socken in verschiedenen Sorten. Pringles, Cheese, Onion, Original, Salt und, und was? Keine Ahnung. Pringles Socken. What the fuck? Es gibt Pringles. Ey, ganz kurz. Ey, wirklich jeder, jeder kriegt irgendwie mal Socken zu Weihnachten. Pringles Socken. Alles klar, Mann. Okay, Jungs, der nächste. Oh, nice. Ähm, also Socken und den, ah, das ist so mit dem Mann und den Socken, okay. Also Socken und das hier, aber nicht komplett, muss ich davon selbst, also halb 400 Euro. Okay. Du hast also 400 Euro bekommen und die restlichen 800 Euro sind bezahlt. Das sind 1200 Euro, ja. Oh, was ist ein kleiner PC, also kann man nichts falsch machen, Junge. Neiße Backplate, Wasserkühlung, oh da, LED-Rahmen. Der nächste, oh, da gibt's, fucking Duschgel, Junge. Okay, ein Karaoke-Mic oder was ist das? 30 Euro, eine Uhr, Kopfhörer und LED-Bänder. Ey, nice. Ey, nice, da kann man nichts sagen. Raffaello und, lol, ähm, wie heißt das Ding, Drachen sind die leicht gemacht oder so? Teil 1, 2 und 3. Ich glaub, ich hab den Film gleich mal angeschaut, so richtig. Also nur so, ich glaub, ein Teil irgendwo davon. Ey, ist echt cool. Für, für Lockdown ganz passend. Der nächste, yo, der hat eine PS5 bekommen. Ey, aber ganz kurz, Alter. Ich mitte hier mir diesen ganzen LEDs, die die Playstation 5 so fucking lit aus. Hier so gelbes Licht, davon eine Maus, ein bisschen grünes Licht von den Dings. Oh, okay, Junge, das sieht echt geil aus. Hi, wenn die PS5 bekommen, Junge. Tipp von mir, Business Coaching-Tick, okay? Marketing. Verkauf die einfach und kauf die einfach in einem halben Jahr nochmal. Dann kannst du jetzt für das Dreifache verkaufen, lol. Aber ja, PS5-Controller, nice, ja. Okay. So ein, so eine Kinderdrohne mit zum Ding, ja. Macht so ein Laptop-Slow. Ey, das ist ganz nice. Eine Drohne. Ey, ey, ich finde es cute. Kopfhörer, mit RGB, ja, und Kliff, ey, die Kopfhörer sind echt, nein, nein, so kann man sagen, die Kopfhörer sehen nice aus. Ähm, ist aber hier? Oh, ein iPhone 11 oder 12, ich glaub, es ist ein iPhone 11. Ey, kann man nicht sagen, also, ja, ist nice, nice, iPhone 11. Ähm, kann man nichts sagen. Ist das jetzt ein, okay, ein Gaming-PC oder eine Folie? Nice. Okay, oh, ihr kriegt voll viel nice und shit alle zu Weihnachten, what the fuck. Ey, ist echt cool, ja. Eine Huawei P30 Lite. 6 Kigabyte RAM, 26, 48, 48 megapixel Triple-Kamera. Warum braucht man so viel? What the fuck. Aber ey, da ist es, vielleicht. Und, oh, äh, eine Oculus Rift oder so, eine VR-Brille halt, mit zwei Kontrollern. Ja, ist geil. Die kosten auch voll viel, ne? Da kann man nichts falsch machen. Und der Kollege hat eine Xbox Series S bekommen. Lol. Ja, moin, Digga, einfach zwei Leute im Nex und eine kostenvolle bekommen. Okay, krass, äh, ja. Leute, das war's mit euren... Weihnachtsgeschenken. Also, wenn ihr mal ein Like da, äh, folgt mir auf Insta, Discord, überall, Lungs, Lungs. Ähm, an die Leute, die sich von, äh, die Dings, was ich jetzt vernachten bekommen hab, äh, 50 Euro. Einen Film-Sens-Euro-City-Gutschein, aber ich hab's ganze Geld für den Stream ausgegeben. Also, von Bastel-Papier, für Cola, für Kaugummi und so'n Kack, für, ähm, diese Sachen. Ähm, und hab halt noch halt, zum November halt, dass sie bekommen, das Handy. Das ist, das ist ein iPhone XS Max. Äh, ne, so find's ja nix. Pisa. Äh, ja, und halt die Hülle im Grunde zu sagen wird, das ist von Weiner Schild. No-Flex. Ja, hat, ach, ich hab ja auch kurz noch gefragt. Ähm, ja, ich weiß noch, warum ich so einen ganz fetten Voice-Crack hab, also ich bin wirklich hier, wie man's merkt. Frisch vom 24 Stunden Humeo-Marathon. Ich bin noch komplett am Arsch, ich bin vom Zermborgensit aufgewacht, what the fuck. Ähm, ja, an die Leute, die gerne wissen möchten, was, was wir an die Leute verpasst haben, hier mal ein kurzer Clip, was wir gemacht haben. Ähm, in den nächsten Tagen kommt auf jeden Fall noch, ähm, ja, halt ein Fazit, Stream-Highlight-Clips von einem Stream. Äh, da kann man für mal nix falsch machen, da kann man echt nichts falsch machen. An der Stelle. Ähm, und ja, halt ran. Äh, genießt diese Tage, diese Ferien. Ich mein, da kann man jetzt nix machen, aber egal. Äh, und ja. Haut rein. Ciao. Ciao! Purchase your tracks today. Bis zum nächsten Mal.